Ich hab den Bären gesehen, ich hab den Bären gesehen, da, da, Scheißgeruch ist das, ein Scheißgeruch, da, da, endlich, endlich waren wir pennen können, da pennen können, wo ich wohne, bin einfach nicht weiter, ich hab die, da waren, da waren die Mäntel, hier waren die Mäntel, und ich hätt nur einen Schritt weiter gehen müssen, scheiß Bären zu auf den, kack Bären zu, Bär und der Typ, ich hab Kisten geschleppt mit dem Typen und hab sie ausgefahren, Scheiße, das geht nicht, das geht nicht, die Schieche, die fressen alles ab, keiner merkt das, das sind nämlich, die fressen nämlich nicht nur Nüsse, die fressen das ganze Laub, weil, äh, dann brennt die Sonne auf uns runter, und dann haben wir die steckige Sonneneinstrahlung, und hier, und, und, und wenn man dann keine Mütze, ich meine, dann kann man im Sommer keine Mütze tragen, das ist doch scheiße, das ist doch, das ist doch sowas von, ich meine, was machst du denn da oben, arbeiten oder was, ist doch scheiße, du kannst nicht arbeiten da oben, ist doch viel zu hoch, die Luft ist doch viel zu, zu dreckig da oben, machst doch sonst nichts anderes, und du, he, ja, 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 ganzen Tag spielen, ne, spielen die ganze Zeit, ja, super, 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 spielen, Ihr seid sowas von bescheuert, man, wie seid alle krank seid hier, ihr seid so abgefuckt Ja, du kannst mal aus der Hüfte, Abstand und so, hey, was willst du denn, du Hundenkorbwerk, jetzt hier, bist du auch nicht die hälste Kerze auf dein Torte, oder? Ja, du kannst nicht die Hüfte, oder?